Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Erster Startversuch von Atems 1 scheitert an defektem Sensor. Die erste Kreuzfahrtrederei setzt auf Starlink. Mit ABL steht nächstes Raketen-Startup vor Erstflug. Rocket Lab testet wieder gelandetes Triebwerk. Und SpaceX zündet erstmals mehrere Raptor-Triebwerke an. Booster 7. Das und mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den Raumfahrt-News. Fangen wir aber erstmal mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Mittwochmorgen, den 31. August, ist um 7.40 Uhr MESZ eine Falcon 9 mit 46 Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Startplatz war die Vandenberg Space Force Station in Kalifornien. Wir haben uns das zusammen live angesehen und ich habe mein mobiles Setup zum ersten Mal testen können. Das war das erste Mal, dass ich ohne Netzstrom und über Mobilfunk gestreamt habe. Ja, ist vielleicht nicht so ganz was Besonderes. Für mich war es schon was Besonderes. Also ich finde, wir leben in ganz schön abgefahrenen Zeiten. Und ja, theoretisch kann ich jetzt das mit dem Livestreaming auch von überall unterwegs machen. Wer weiß, vielleicht auch irgendwann mal über Satelliten und dann wirklich von abgelegenen Orten. Ganz spannend, dass Elon Musk zu dem vorherigen Starlink-Start am 28. August auf Twitter schrieb, dass sie immer mehr Leistung aus der Falcon 9 quetschen. Bei diesem Start wären sie beinahe bei 17 Tonnen gewesen. Und das mit Rückkehr des Boosters und der Fairings. Es gibt da aktuell nur sechs einsatzbereite Wegwerf-Raketen, die in den Leo mehr mitnehmen können. Atlas 5, Ariane 5, Proton M, Angara, Langermarsch 5 und Delta 4 Heavy. Falcon Heavy habe ich hier mal rausgelassen. Ist klar, dass die mehr kann als die Falcon 9. Und das SLS, wenn ich die News aufnehme, würde ich sagen, gilt das SLS noch nicht als einsatzbereit. Am Samstag, den 3. September, ist in China eine Langermarsch 4C gestartet. Nutzlast ist mir nicht bekannt. Dafür der Startplatz Jingquan und die Startzeit mit 1.44 Uhr MESZ. Und dann natürlich mit Artemis 1 am Samstagabend zur Primetime, der Start des Jahres. Der wurde ja während des ersten Versuchs am Montag, den 29. Nachten, abgebrochen, aber dazu später mehr. Bevor wir zu den Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, zeig das dem YouTube-Algorithmus doch gern durch ein Like. Und wenn du weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, unbedingt senkrecht starte, abonnieren. Denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrt. Artemis 1. Es hat nicht sollen sein. Die NASA hat den SLS-Startversuch abgebrochen. Ich war mit Cedric von Dr. Watson bei Arte Live und meine eher negative 50-50-Einschätzung, ja, die hat sich bewahrheitet. Die NASA hat den ersten Startversuch des SLS am Montag abgebrochen, nachdem sie nicht überprüfen konnte, ob eines der vier RS-25 Haupttriebwerke der Rakete vor der Zündung ordnungsgemäß auf seine Temperatur heruntergekühlt wurde. Auf minus 251 Grad Celsius sollen bestimmte Bereiche des Triebwerks runtergekühlt sein. Das ist die kryogene Temperatur, bei der Wasserstoff flüssig wird. Und mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff arbeiten ja die Haupttriebwerke des SLS. Wenn beim Starten der Triebwerke die Temperaturen im Triebwerk zu warm sind, könnten die Werkstoffe des Triebwerks zu sehr gestresst werden. Oder der Treibstoff schlimmstenfalls an ungünstigen Stellen gasförmig werden und dann zweifelsfall das Triebwerk sprengen. Auf Social Media regnete es dann Häme für das Triebwerk Nummer 3. Okay, ja, schuldig auch von mir. Tatsächlich geht die NASA mittlerweile davon aus, dass das Triebwerk ordnungsgemäß runtergekühlt hat, aber der Temperatursensor, der das messen sollte, einen schlechten Tag hatte. Da der Sensor nicht einfach getauscht werden kann und die NASA das Rückrollen der Rakete unbedingt vermeiden möchte, wird man, sollte der Fehler wieder auftreten und andere Sensoren und Anzeigen den Schluss zulassen, dass nur dieser Sensor ein falsches Signal zeigt, trotzdem weiter im Countdown laufen. Die NASA hat auch ein bisschen Stress. Die Rakete ist ja seit einem Jahr montiert und langsam gibt es Komponenten, die sich dem Ende der eingetragenen Haltbarkeit nähern. Das könnte tatsächlich zum Problem werden, denn mittlerweile ist auch der zweite Startversuch abgebrochen worden. Eigentlich schon nach Redaktionsschluss am Samstag, aber weil so wichtig, habe ich es dann doch nachträglich noch reingequetscht. Diesmal gab es deutlich vorher ein Problem. Die 8 Zoll Quick Disconnect Verbindung, mit der die erste Stufe des SLS mit Wasserstoff betankt wird, hatte wieder ein Leck. Schon während des ersten Startversuchs ist das Problem aufgetreten, wurde da aber gelöst. Jetzt muss man sagen, dass Wasserstoff das kleinste Element ist und extrem zum Kriechen durch die kleinsten Spalte neigt. In der Pressekonferenz zum ersten Versuch hatten sie gesagt, es ist ein bisschen Wissen und ein bisschen Kunst, eine dichte Verbindung herzustellen. Da man es nach drei Anläufen dieses Mal nicht hinbekommen hat, bin ich eher pessimistisch, was einen zeitnahen dritten Versuch angeht. Ich befürchte fast, dass sie womöglich das Design überarbeiten könnten. Das würde dann aber sicherlich Monate Verzug bedeuten. Zu hoffen wäre, dass sie in den nächsten Tagen einen vermeidbaren Fehler finden und dann doch zeitnah einen weiteren Versuch starten könnten. Ich halte euch da aber definitiv auf dem Laufenden. Das hätten Cedric von Dr. Watson und ich dann wieder auf dem Twitch-Kanal von Arte übertragen. Ich weiß, es ist schade, dass ich das nicht direkt hier auf Senkrechtstarter mache. Für den Kanal und mich ist es aber eine riesen Chance, eine neue Audience für Raumfahrt zu begeistern. Apropos Begeisterung für Raumfahrt. Ich habe dem Chef der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR zu Artemis 1 Fragen stellen dürfen. Herr Pilzer, jeder, der sich mit dem ESM beschäftigt, weiß, dass es beeindruckende Technik ist und dass es ein riesen Vertrauensbeweis der Nase an die ESA ist, insbesondere an Deutschland. Für Menschen außerhalb der Raumfahrtblase ist es aber sehr schwer zu greifen. Forschung und Industrieförderung, da sind wir sehr, sehr gut. Trotzdem hält sich die Begeisterung in der breiten Bevölkerung für Raumfahrt in Grenzen. Was muss sich denn da ändern? Ja, was wir definitiv ändern müssen, also erstmal eine absolut zutreffende Darstellung, könnte ich genauso unterschreiben. Was wir ändern müssen, ist darzustellen, wie wichtig Raumfahrt für unser tägliches Leben ist. Um noch weiter zu gehen, ohne Raumfahrt wäre unser tägliches Leben in der Art, wie wir es kennen, einfach nicht mehr möglich. Da reden wir jetzt nicht nur über Satellitenfernsehen, Telekommunikation und andere Dinge. Ich rede wirklich über auch Technologien, die wir in unserem Leben benutzen, anwenden, die aus der Raumfahrt kommen, wo kein Mensch eine Idee von hat. Und das gelingt doch nicht gut genug. Wir müssen da noch sehr viel mehr, sehr viel bessere, sehr viel mehr Kommunikation machen, um den Leuten zu sagen, dass Geld, was in die Raumfahrt investiert ist, gut investiertes Geld ist. Wohlwissend, und das wissen wir auch, dass Investitionen in Lehre, in Polizisten, in Sicherheit, dass das auch alles gut investiertes Geld ist, mit dem wir, ich sage zu sagen, im Wettbewerb sind und zeigen müssen, dass auch Geld in Raumfahrt fliegen muss, um die gesellschaftlichen Herausforderungen wirklich angehen zu können. Auch die Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung, Anna Christmann, hat sich Zeit für meine Fragen genommen. Trotz der Aufbruchstimmung zum Mond, zum Mars, möchte Deutschland einen Fokus in der Raumfahrt auf die Erdbeobachtung legen. Das klingt jetzt nicht nach Flügen zu Mond und Mars und Entdeckergeist. Böse könnte man fast sagen, anstatt zu den Sternen zu schauen und zu neuen Horizonten, schaut Europa lieber auf sich selbst herab. Fehlt uns die Vision oder der politische Willen für Exploration? Also wenn man jetzt hier in Florida ist, dann spürt man Begeisterung für Exploration und da sind wir ganz stark dabei. Deswegen ist natürlich klar, dass Exploration ein wichtiger Teil für uns in der Raumfahrt ist. Und natürlich die Faszination der Entdeckung wirklich ganz neuer Dinge, die wir noch gar nicht erahnen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Raumfahrt. Klar, Erdbeobachtung gehört für uns auch dazu. Dort sehen wir den Nutzen direkt für die Verhinderung der Klimakrise auf der Erde. Deswegen sind beide Wege richtig und wichtig und ich freue mich auf eine spannende ESA-Ministerkonferenz, auf der wir darüber diskutieren werden. In der Space Community in den USA wird das SLS oft als die letzte NASA-Rakete bezeichnet, weil es sehr teuer war, die Leistung eher bescheiden und keine großen technologischen Sprünge gemacht wurden. Ja, im Prinzip da ist es Shuttle-Technik, also aus den 70er Jahren. Ähnlich bei der Ariane 6. Ist die Zeit von staatlich entwickelten Raketen vorbei? Also, ich würde jetzt nicht alles unterschreiben, was in diesem Statement steht. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir jetzt schon in dem Moment sind, bei dem wir als Raumfahrtagenturen nicht mehr hingehen und ganz schönste Launcher entwickeln, sondern im Prinzip die Entwicklung eines bestimmten Services anfragen. Das heißt, dass wir nicht mehr den Launcher mit jeder seiner Stufen, mit jeder seiner Schrauben definieren, sondern dass wir sagen, wir möchten einen Launcher, der dieses oder jedes Marktsegment bedient, diese oder jährigen Fähigkeiten hat, um unsere institutionellen Bedarfe abzudecken. So weit sind wir leider noch nicht. Das ist das, wo wir zumindest aus Sicht der Deutschen Raumfahrtagentur hinwollen. Aber ich glaube, so weit sind wir leider noch nicht. Wir sind im Bereich der Micro Launcher da einen großen Schritt weitergekommen. Und wie effizient diese Vorgehensweise ist, sehen wir, glaube ich, an den drei deutschen Micro Launcher-Unternehmen, die sich auch im europäischen Wettbewerb sehr, sehr gut durchgesetzt haben. Also der Weg ist der richtige. Ich glaube, wir müssen aber noch einiges gehen, um dieses, was ich eben schon genannte, die Risking für diese Unternehmen zu unterstützen. Die drei deutschen Raketen-Startup müssen noch zeigen, ob sie das Zeug zu Raketen-Startanbietern haben. Dagegen ist Rocket Lab als Startup gestartet, mittlerweile ein etablierter Player. Wenn wir China mal ausklammern, ist Rocket Lab nach SpaceX sogar der Startanbieter mit der höchsten Startkadenz. Und auch Rocket Lab arbeitet an der Wiederverwendung. Mit der nächsten Rakete Neutron sogar auf einem nächsten Level. Aber auch die Elektron, die aktuelle Rakete, soll in der ersten Stufe wiederverwendet werden. Auf dem Weg dorthin ist Rocket Lab gerade ein Meilenstein gelungen, denn sie haben ein vorher geflogenes Triebwerk wiedergezündet. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann Rocket Lab seine erste Rakete wiederverwendet. Apropos New Space-Startanbieter. Das nächste amerikanische Raketen-Startup steht vor dem Erstflug. ABL Space könnte schon diese Woche ihre RS-1 zum ersten Mal fliegen. Die 21,5 Meter hohe zweistufige Rakete wird mit Kerosin und Flüssigsauerstoff angetrieben. Die E2-Triebwerke laufen wie das Merlin von SpaceX im offenen Gasgenerator-Nebenstrom-Verfahren. Und wie bei der Falcon 9 gibt es neun in der ersten Stufe und ein vakuumoptimiertes in der Oberstufe. Startplatz wäre der Pacific Spaceboard-Komplex in Kodiak, Alaska. Hier ist ja auch Astra zu den meisten seiner Flüge aufgebrochen. SpaceX hat seine Startrate weiter erhöht. Im August lag die Startrate etwa bei alle fünf Tage ein Start. Das ist ziemlich crazy. Dieses Jahr ist ja das inoffizielle Ziel 70 Starts. Und ich bin mir ziemlich sicher, 50 bis 60 sollten sie auf jeden Fall hinkriegen. Für 2023 hat Elon Musk nun 100 Starts als Ziel auf Twitter genannt. Ja, bei diesen Zahlen ist es auch völlig wurscht, ob die erreicht werden. Das ist so weit weg von allem, was der Rest der Welt macht, dass es einem nur schwindelig werden kann. Aber hey, gut für mich mehr zu tun. Ich weiß, ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, die sich mehr Starship-Neuigkeiten bei mir wünschen. Ich möchte aber bewusst einen Überblick über die gesamte Raumfahrt in den News geben. Die Woche gab es aber natürlich weitere Neuigkeiten aus Boca Chica. SpaceX hat zum ersten Mal mehrere Raptor-Triebwerke an Booster 7 gezündet. Soweit ich das überblicken konnte, waren eigentlich drei Triebwerke geplant. Die haben auch gezündet, aber eins musste dann vorzeitig abgeschaltet werden. Der Test war am Dienstagnachmittag. Elon Musk hatte ja schon angekündigt, dass man sich Stück für Stück an das Zünden aller 33 Raptor-Triebwerke an Booster 7 machen wird. Ja, wann das soweit sein wird, kann ich nicht sagen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, wenn dann 33 Raptor-Triebwerke zum ersten Mal gemeinsam zünden. Ja, solange das aber noch nicht in greifbarer Nähe ist, sollten wir nicht allzu optimistisch sein, wann Starship dann zum ersten Orbitalflug aufbricht. Ich denke, bei der aktuellen Geschwindigkeit ist Anfang nächsten Jahres nicht die schlechteste Wette. Apropos Geschwindigkeit, die Kreuzfahrtrederei Royal Caribbean wird der erste Kunde, der in der Kreuzfahrtbranche die Starlink-Technologie auf seinen Schiffen nutzen wird. Und das bringt uns zu einer Richtigstellung zur letzten Woche. Da hatte ich ja gesagt, dass der Einsatz von Starlink als Mobilfunk-Not-Service und die Beseitigung von Mobilfunk-Funklöchern die Politik und die Kritiker von Starlink in die Ecke treiben wird. Weil es zukünftig sehr offensichtlich bei der Argumentation um Menschenleben gehen wird. Ich habe da wortwörtlich gesagt, dass es berechtigte Kritik an Starlink gibt. Trotzdem haben mich mehrere schockierte Kommentare und Mails erreicht. Da ging es dann meistens darum, dass mir Starlink ja wichtiger wäre als der Sternenhimmel. Das habe ich aber so nicht gesagt. Sondern ich wollte einen Ausblick geben oder ich habe einen Ausblick gewagt, wie ich denke, dass sich das weiterentwickeln wird. Das habe ich wertfrei meiner Meinung nach getan. Aber durch die Verwendung von der Formulierung Schachmatt vielleicht die Gemüter etwas überhitzt. Starlink, das bringt uns indirekt zu den Starts der kommenden Woche. Die fangen nämlich am Montag, den 5. September mit einem Starlink-Start von SpaceX an. Von Cape Canaveral startet SpaceX seine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten. Zusätzlich an Bord ist als Rideshare die Veruna Technology Demonstration Mission von Boeing. Das ist ein Sherpa-Space-Tag, mit dem Boeing Technologien erproben möchte für eine Breitband-Satellitenkonstellation mit 147 Satelliten. Space-Tags und On-Orbit-Servicing, das ist ein Riesenthema. Besonders wenn es dann so Raketen wie Starship gibt, die sehr viel sehr günstig in den Orbit bringen können. Werde ich definitiv nochmal eine Technik-Episode darüber machen. Der Start jetzt für die Falcon 9 mit Starlink, der ist um 2.32 Uhr MESZ und damit ein bisschen spät für mich fürs Livestreaming. Am Dienstag, den 6. September wird das chinesische X-Base, eine Kwaizhu 1A von Jingkwan starten. Nutzer ist mir leider nicht bekannt. Aktuell steht noch ein Ariane 5-Start in den Ankündigungen, aber ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass der Start am Dienstagabend noch nicht stattfinden wird. Wenn ich Näheres weiß, sage ich Bescheid. Am Freitag, den 6. September ist aktuell der Jungfernflug der RS-1 von ABL angekündigt. Ich weiß aktuell noch nicht, ob es einen Livestream geben wird. Das würde ich mir natürlich sehr sehr gern anschauen. Jungfernflüge, das ist ja so ein bisschen meine Spezialität. Apropos Spezialität. Senkrechtstarter ist ja dein Feinkostladen für Raumfahrtwissen. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episode Hintergrundwissen für dich, wie so Raketenstarts und die beeindruckende Technik hinter Raketen funktioniert. Die aktuelle Folge der letzten Woche ist ein Interview mit dem Chef für Space Exploration bei Airbus in Bremen, Mark Steckling. Spannendes Gespräch über das ESM, das European Service Modul, was ja mit Artemis fliegt. Ja, und in dem Interview frage ich unter anderem, was eigentlich passiert, wenn das Starship von SpaceX erfolgreich zum Mond fliegt? Das Interview, das verlinke ich dir hier. Wir drücken euch hier in Europa alle Daumen für den Start. Ihr dürft jetzt schon ganz schön stolz auf das Erreichte sein. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Mission. Grüße an das gesamte Airbus-Team und immer schön senkrecht bleiben. Danke Mo. Schönen Gruß zurück nach Europa und immer schön senkrecht bleiben. Die nächsten Wochen werden wieder weiter voll unter dem Motto Artemis 1 stehen. Und ich denke, nie war es so angebracht wie heute, von unserem Apollo-Moment zu sprechen. Also der Moment, wenn die Menschheit die nächsten großen Sprünge da draußen unternimmt. Ich kann es kaum erwarten, wenn es dir genauso geht. Like da lassen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.